Hallo und herzlich willkommen bei Clashbuttons. Ich bin Manu. Ich bin der Chris. Und heute spielen wir wieder mal CSGO. So, ich weiß nicht, was wir heute machen, aber ich denke, ich spüre heute mal Terror. Ich hab da Bock drauf. Okay, dann spüre ich heute mal Anti. Ja. Aufwärmphase 2, 1, go, go, go. Warten, so. Scheiße, ich spiel doch Terror. Ich hab schon wieder nicht drauf reagiert. Hast du jetzt das falsche Team genommen, oder was? Nein, ich hab nicht das falsche Team genommen, aber vor mir stand ein Typ mit, hier, weiß ja wohl, ein Antiterrorist. stand vor mir ein Bulle und dann, er kam auf mich zu mit dem Messer. Ja, weißt du Bescheid und ich dachte, ich bin noch in der anderen Gruppe. Alter, hast du, der hat auch einen an der Waffel. Ach. Der schießt seine eigenen Leute ab. Idiot. Ja, da hab ich auch reinfahren. Hier muss ich nicht lang. Oh, die Map kenne ich nämlich noch nicht. Ach doch, die kenne ich. Ich glaube, ich hab die einmal schon mal gespielt. Ein einziges Mal. Ja, die haben wir beide schon mal zusammengespielt. Ah, das kam wohl. Oh, oh, oh. Und ich lauf voll rein. Aber das Scrollrad ist hier besser. Ich kann die Waffen besser auswählen, wie bei meiner letzten Maus. Ja? Ja. Das wesentlich schöne. Boah, der war gemein. Ich weiß nie, wo ich jetzt hinlaufen muss auf dieser verdammten Map. Also irgendwo ist überall irgendjemand und... Oh. Was ist hier los? Alter Schwede, was ist denn heute los mit mir? Warte mal, probier mal einfach mal eine andere Waffe aus. Ich hab so grad die MP7. Also die MP7 ist nicht für jedermann was, aber äh... Ne, die ist aber, glaub ich, zielgenauer. Die ist, die ist zielgenauer, ja. Mensch, ey. Du kannst nicht mal die Waffeln noch von dem Deep wechseln. Also die MP7. Wo seid ihr denn alle? Oben. Mensch, ey. Oh, da ist das unten. Wir sind da, wo du nicht bist. Sagen wir mal so. Ah. Das klingt quasi böse. Okay. Der macht einen auf Rambo. Ich mag nicht mehr Anti-Spielen. Wieso? Ich hasse die Waffen. Ich bin jetzt so eingestellt, dass ich Terror komplett auswendig kann. Ja, aber ich meine, du hast recht. Die Waffen sind anders. Die sind wirklich anders. Also, ich hab das auch schon ausprobiert. Yay, noch ein Ungeklag, bevor ich gestorben bin. Ja, mich. Echt? Schau. Mensch, den hätte ich kriegen müssen. Was ist denn heute mit mir los, ey? Die sind einfach besser wie ich heute. Na, bist du tot? Das freut mich. Das freut mich. Gleich schau. Darf nie wahr sein. Wo sind die denn? Wir sind alle oben. Echt? Wir sind alle unten. Ja, alle. Genau. Also, der größte Teil ist unten. Jetzt. Die laufen gerade runter. Ja, und der größte Teil ist gerade wieder oben. Von uns. Ja, weiß ich nicht. Ist das oben oder ist das unten? Ich weiß ja gar nicht. Ich bin tot. Das ist ganz schön gewalttätig, dieses Spiel, ne? Ach. Da kommst du jetzt erst drauf, oder was? Ja, mir ist das vorher nie so aufgefallen. Also, da sollte man sich doch schon bei den Herstellern beschweren, ne? Wieso? Also, die ganzen Waffen und das ganze Blut und so. Ja, vor allen Dingen das Blut. Ja. Die ganze Marmelade auf dem Boden verschmiert. Ja. Ich kann mich wundern, dass wir nicht vorankommen, wenn man die ganze Zeit kleben bleibt. So. So, und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich bleib hier sitzen. Das war ja klar. Ja, ich bleib hier sitzen und morgen sagt, ne, ich bleib hier nicht sitzen. Ja, bleib hier einfach sitzen. Gleich. Das ist so. Ja, ich bleib hier. Ich bleib hier. Und, ja, äh, Entschuldigung, dass ich gerade die ganze Zeit nichts gesagt habe. Aber ich habe mich echt drauf konzentriert, hier das Spiel zu spielen. Es tut mir leid, ehrlich. Also. Mein Gott, ey, die sind wirklich anstrengend heute, die Leute. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen du. Jedes Mal, wenn du mich siehst, lässt mich einfach sterben. Ja, so, damit verabschieden wir uns heute mit dieser Folge, mit dieser Runde, meine ich. Ja, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Liked das Video, also einen Daumen hoch und teilt das Video bei Facebook, bei Twitter und wo sonst auch immer. Das würde uns sehr helfen, das Video in die weite Welt reinzukriegen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.